Wie nun bekannt wurde, gibt es einen positiven Corona-Fall im Büro des burgenländischen Landeshauptmanns. Doskozil selbst ist negativ, wie auf Anfrage von OE24 bestätigt wurde. Er begibt sich jedoch aus Sicherheitsgründen bis Montag in Selbstisolation. Am Wochenende wird Doskozil einen zweiten Test machen. Auch alle weiteren Mitarbeiter aus dem Büro seien negativ getestet worden, heißt es aus dem Büro Doskozil.